Hallo zusammen, ich habe ja vorher das Video mit dem Basti schon hochgeladen, aber bevor wir das Video gedreht haben, haben wir noch live gestreamt. Und im Livestream hat mich jemand darauf angesprochen, dass ich ja noch eine Kanalempfehlung machen könnte, und zwar zum Kanal Marco Polo TV. Ich werde euch den Kanal verlinken in der Infobox, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ich habe mir das neueste Video von dem Marco Polo TV angeschaut, und ich fand es jetzt interessant eigentlich, weil der hat so Datingtipps gegeben, also für Verliebte ist das natürlich optimal. Mir hat es halt interessiert, weil wenn ich vielleicht einmal eine Freundin bekommen sollte, dann weiß ich, was ich tun kann. Und apropos Stream und Juno, ich schaue mir ja auch andere Leute an, die in Juno streamen. Und da habe ich letztens so eine andere Junowerin entdeckt, die hat richtig gut gesungen. Ich habe zwei Mitschnitte gemacht. Ich weiß auch, wie das geht, das wird die Mitschnitte. Mal so nebenbei erwähnt. Ganz blöd bin ich auch nicht. Also ich bin nicht so blöd, wie ich auch schon. Aber okay. Das was ich weiß, weiß ich noch. Aber okay, ich werde euch erstens den Kanal verlinken. Dann kommt jetzt hinterher nach dem Hauptvideo, was jetzt gerade läuft, da kommen dann die zwei Mitschnitte und noch eventuell ein Mitschnitt aus meinem Stream. Weil dank der IK sind drei Mitschnitte entstanden, insgesamt von meinem Stream. Dafür erstmal danke an die IK. Und ansonsten war es das auch schon. Ihr könnt mir wie immer einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es die Glocke. Dann verpasst ihr die neuesten Videos nicht. Ihr könnt mir den ein oder anderen Kommentar da lassen. Ihr könnt mir in Juno und in Karaoke folgen. Also dem Karaoke Programm könnt ihr mir folgen. Wie ich da heiße, steht es auch in der Infobox. Ansonsten wünsche ich euch jetzt wirklich einen schönen restlichen Mittwoch. Habe die Ehre. Wir sehen uns. Hau! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh shit